Ballfinger, mehr als 11.000 Mitarbeiter, 1,6 Milliarden Umsatz, auf 35 Produktionsstandorten weltweit aufgeteilt. Es wurden in den letzten Jahren sehr viele Unternehmen zugekauft, die sind dazugekommen, wurden aber nicht vollständig integriert und das war die Hauptaufgabe hier eine neue Organisation aufzustellen, die damit entsprechend umgehen kann. Ja, H&Z ist ganz klar abgewichen vom klassischen Beraterkonzept. Schön polierte Schuhe und nette Krawatte kam einfach sympathisch rüber und einfach ganz klar mit Hirn, Herz und Hand. Hirn steht im ersten Schritt nicht für schlau daherreden, sondern für zuhören, zuschauen, Fragen stellen, verstehen, wo es wirklich hakt und dann gemeinsam mit dem Kunden eine Lösung zu finden. Aber mit einem tollen Konzept ist noch nichts erreicht. Für die Umsetzung braucht es die Hand. Wir packen mit an. Wir gehen dahin, wo Veränderung stattfindet. In die Produktion, ins Lager, auf die Baustelle. Am Ende dreht sich alles um den Menschen. Die Menschen muss sich motivieren und begeistern. Und dafür brauche ich Herz. Viel Herz. Denn nur so erzielt man nachhaltige Ergebnisse und schaut am Ende des Projektes in strahlende Augen. Und das wird belohnt. 98 Prozent unserer Kunden sind Wiederholungstäter. Denn die wissen, Beratung mit Hirn, Herz und Hand. Die gibt es nur beim Original. Bei H&Z. Das war mit H&Z. Das war mit H&Z. Bei Forte Zeit.